Ja, willkommen zurück hier bei den Butterbeeren und bei dem Padauds, Nico. Oder so. Ja, wir sind jetzt glaube ich in der fünften Folge, Kapitel 2, Abschnitt 4. Ganz genau. Und ja, der Nico spielt schon mal drauf los. Ja, wir haben gerade die Bösewichte überwunden da. Was geht jetzt ab? Ich hab Deutsch runter. Oh Gott. Ah, ist nichts weiter passiert? Ne, ne, das ist alles cool. Ja, ich würde sagen, du musst das da recht wegziehen. Das heißt, ich würde... Ah, warte, 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 warte. Ich glaube, ich spüre da... Ja? Vibration? Ja, ja, ja. Was hast du denn vor jetzt? Ähm, warte mal. Nein. Ah. Ey, also ich hab ne Idee. Ich werd jetzt die Liane nämlich damit verbinden. Ja. Und dann werd ich das hochziehen, um den Stein zu ziehen. Ja. Und dann werde ich das wieder hoch machen. Mit dem Knochen verbinden. Und das Ding zerstören. Ja. Ja. Wunderschön gemacht. Ja. Wuuu. Die shortest route takes you to the tomb of the five giants. My powers are weak to down underground. Ich war grad so geflasht von meinem Text. Ich auch. Tut mir leid. Hör. Hör. I'm going underground. Hello? den kann ich bestimmt noch mal gebrauchen meinst du ja gleich hier also wir sicherlich hört meine stimme ist noch nicht ganz zurück aber es ist schon besser geworden als in den anderen vier parts ich finde sie immer noch kacke ja das ist das wird sich global gesehen auch nie enden ich dachte da ist dass man zum rauffallen so weißt du ich dachte du gehörst ja ich da dieser stein links ich dachte ich springe auf den stein raus so das war so perspektivisch aber was meinst du warum die anderen dinge denn da sind ja ich wollte ja dann von da aus auslösen ja ja ich hab's ich habe wie erschlafft das gerade war ja du kann ich springe erst auf ich wollte gerade sagen von einer hälfte ich bin so gut leute spring dagegen was war da was gelesen geschrieben ich bin ja also er hat was gesprochen und das wurde mit text und ermahnt ach so die geschichte ja ich glaube da ist was zu tun ja gut dass du dran bist ich würde sagen das ding in der mitte kommt schon mal da rein ja okay da sind fünf schädel abgebildet dann sollst du bestimmt fünf schädel reinwerfen ja einer geht runter okay das auf jeden Fall ja okay und ich glaube das hier oben ist so ein ach zum kombinieren dann weil ich glaube alleine die liane das können wir nicht ernst meinen super gemacht ne für du solltest das beruflich machen max spiel achso ja habe ich eine zeit lang gemacht ist ganz cool aber ich brauche mal was anderes auch dann okay hier geht es nicht weiter ich bin ja doof ja warum du da extra rüberkletterst das war doch abzusehen ja das ist der ast das hält was machst du denn ich bin da runter dann muss ich halt ziehen oh gott ja siehste muss ich halt doch so machen hey das geht gerade gar nicht ne ja ich konnte doch nichts für nein 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 das war eindeutig ein layer 8 problem ja danke ich kenne die layer ja du lachst du lachst nein haut das wirklich hin ey das kann jetzt nicht dein ernst sein ich glaube so war das nicht gemeint im spiel herr herr hilfe das ist so gemeint jetzt glättern sie da bitte hoch nein ich will dich jetzt oh geh da weg geh da weg oh gott wie du gerade das spiel kaputt gemacht hast ja ich bin schon so ein arschloch ne ey ne die macher haben sich da echt tiefgründige gedanken gemacht ne kommst du mit so einer scheiße ja diesmal auch anders ja und dann die liane rüber ziehen das war so hoch dann mache ich ja so das geht schon mal gar nicht mehr den ast vielleicht weiter nach unten noch dass die sich genau entgegen kommen ich mein das war jetzt auch nicht so geil oder so kann ich da dann auch ruckelen nein oh gott das tut mir leid sollte es auch aber was machst du denn was denn ja ich muss das ding ich muss erst mal wieder da hoch richtig oder richtig ich sag dazu nichts mehr du enttäuscht mich auf ganze linie was ich denn jetzt machen sollen sonst so warte was passiert jetzt so den muss ich auf jeden fall verbinden das weiß ich ja naja los so und dann ja du machst diesen ast einfach kacke mach doch so ein seitliches u oder ein c ein seitliches u ist ja ein c ich weiß was meinst wo wir wollten damit erschlagen so wenn der jetzt siehst du ja den sprung schaffst du na ich bin dran cool ach soll ich so ja wie noch mal spiel doch mal rein vielleicht geht ja dann noch eine runter nee nee das will ich gar nicht wissen also es wird peinlich wenn ich jetzt verkacke ne wenn ich dich erstmal ermahne und dann ja da kommst du jetzt drunter mal zu warte 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 siehst du erfolgreich sein ja was ist los mit dir also ich finde dass nico das richtig beschissen macht ne meine methode ja ja dreht ihr das ruhig ein ich hab's da oben in einer und da ist einer also bevor du hier zweimal hoch rennst ne würde ich schon mal beide runterschmeißen weißt du ja dass ich nicht zwei mal rennen muss wie ich gerade sagte richtig genau was hier hast ja richtig richtig da kommst du denn da kannst nirgends ja das wird schon gehen wie lang geht die denn ach die ist ziemlich lang ja jetzt musst du gucken dass du da irgendwie ja das ist dieser ohr effekt ne oh komm mal da oben hast du es gesehen ne da ist so ein plattformchen ein würmchen das heißt ich muss da nochmal hoch ja warum bist du denn runter gesprungen ja scheiße also muss ich hier nochmal hoch ne wenn er wirklich so ein würmchen ist dann ja okay ah nein 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 er hat gedrückt beim schieb das ding schieb das ding ja wollte ich gerade auch so und hoch mit mir er ist so schlau wo hier da siehst du es ach da heilige kacke also muss ich den zipfel da setzen ja ne du musst nochmal hoch weil du kannst da von dort aus den da nicht erreichen ne ne du musst nochmal du musst ihn da schon verbinden ach so ok ja stimmt weil ich nicht ankomme ja Hilfe the brain ja das sieht gut aus ja und zurück hast du den ding hier noch oder den toten Schädel stell dir vor den hättest du schon da runter geschmissen jetzt ja das wäre doof aber vielleicht reicht es ja noch gar nicht jetzt hier doch das reicht warte 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 schieb doch mal den denkst du direkt runter nein wieso denn so da ja guckt sie an ja siehst du wieso denn so ja weil alles gepasst ey ich bring nach rechts rüber man da was denn los mit dir oh so ein kleines ding komm wie ist ich da siehst du den kleinen penis wie er sich bewegt ich erlöse ihn so jetzt runter mit den beiden Schädeln ja ach ja mach kaputt ja das nervt mich grad total so nein auch wohl den anderen er ist hier man da hätt ich doch dann wieder hinspringen können ja dann ist ja doppel der weg du bist doppel der weg ne so ich lass den jetzt hier runter ja ja und den anderen auch true story bro ach 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 verstehe mir noch nicht warum das ding hier ist ist doch jetzt erstmal kackegal mach dein ding da musst du nachher bestimmt weiter du musst dann nachher weiter oha knapp wir fast direkt reingefallen spiel runter das soll passieren dass ich dran bin ne ja das will ich nicht als hätte ich mein leben lang nichts anderes gemacht krass es geht jetzt herzlichen glückwunsch hässlichen glühstrumpf geschafft und was jetzt also ich hätte jetzt auch gesagt dass du da ja max ins ende ich weiß aber nicht warum warum er das macht ja ja weil hier der max der schuldigen euro und ich glaube auch daran bei zehn euro ist immer so ein grund für fünfer ist es ja fünfer ist immer okay aber ein zehner zehner ist gefährlich hört die freundschaft auf fünfer fängt sie an beim zehner hat sie auch das ist fakt ja de facto ja so wir sollen auch hier was von der geschichte mitbekommen also ich bin keine angst nein nein ich doch nicht ich glaube da geht es bergab ja man sieht das so schlecht er ist es wirklich dunkel also links kannst du auch auf ja recht ist rechts geht eigentlich immer weiter nach ja okay da ist nichts vielleicht war da mal ein auge so weiter geht es hier echt so stark es ist so ente hier wie du doch gegen die felswand gesprungen bist so na klar also ich würde sagen okay dass wir nicht sagen dass wir auf mehr kümmern du kommst auf jeden fall oben raus und damit links rein springen kannst denke ich mir ja so dass du ja okay dann musst du unten rein und dann noch mal das erhält mich ein bisschen an portal falls du das kennst noch nie gehört erzähl mir mehr naja doch doch wo wie hoch und unter immer unter ja aber schon ein bisschen gruselig wenn man die augen zu sehen ihr seht mich nicht das war gestärkt zu bezweifeln dass die dich nicht sehen vielleicht den stein nach links und dann da links kannst du irgendwo hoch ich weiß es nicht ja da hast gesehen ja komm das schaffst du da wollten sie enttäuschen die füchse fuchs fuchs komm raus du bist im kino der bau okay okay ach scheiße jetzt bin ich hier oder das ja nach vorne ja okay das habe ich jetzt nicht erwartet aber nico ich glaube du wirst das schaffen ich bin mir da ziemlich sicher ich werde da einfach nicht lang gehen wo du lang gehst entweder gehst du da nicht lang oder du bleibst direkt an der kante und guckst ob du da vorbeikommst und vielleicht ist da ja irgendwas was wir brauchen ja ja ich weiß nicht das war pure berechnung von dir damit du den controller wieder kriegst da ist nichts ja okay dann glaube ich dir das oh ich glaube nicht ich wurde getrollt leute ich wurde getrollt ah jetzt ja karma instant karma und nochmal also ja halt doch die klappe du kriegst was du verdienst einfach so ich glaube da sollen wir jetzt nicht hoch ne ne das oder soll ich nochmal hoch ne komm lass es jetzt okay ich mein karma 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 kamelia die hatten schon ne ok da muss ich irgendwas runterlassen wuuup ja karma ist unser running gag das lieb so ja und drüber sehr gut oh das war knapp dass du das noch gesehen hast ja ja ich hab doch hier ne skill ja ja nein das hört sich nicht gut an wo wo oh oh da fuk nach rechts genauer dann schwingt er nach links oh was machst du denn da ja ging ich das das war aber nicht hübsch ganz ehrlich wo muss ich denn jetzt hin rechts ja spring oh ja warte oh nochmal spring wie auch perfekt auf das ding rauf so was haben wir hier wie weit hast du privat eigentlich gespielt privat bin ich ein stricher nee das wollte ich nicht sagen das kam so ich weiß wie moment ja das sieht besser aus aber da ist nichts weil es wahrscheinlich schon eingesammelt hast du verrückter soviel zum thema wie weit bin ich schon privat gewesen so sie springen ja ja ein bisschen ja aber ist auch nicht viel weiter das ist genauso ziemlich so die stelle ja da konnte ich nichts mehr machen aber das war wie ein checkpoint ok ok also was haben wir jetzt hier gemacht ja passiert uns nämlich nicht noch mal wer zweimal schnell daneben war als ich dran einfach gestorben ja ich bin zu unvorsichtig ja noch hier zwei sprünge und dann auch nochmal springen hallo ja ja von dir lasse ich mich nicht mehr trollen eine wie schlecht bist du denn eigentlich ich mache das hier alles immer instant ich bin total raus ja mein wann warst du das letzte mal hier 1996 ich hätte einfach die geduld haben sollen um zu schwingen aber ich wollte einfach dass das diese dass diese folge für dich ist weißt du das ist deine folge schwingen total euphorisch ich habe mich noch nicht getraut oder ist irgendwie ein erfolg ich bin genau gegen gesprungen meister der lianen hier hat man gesehen vor grad sagen das ist ich glaube die xbox war ganz sarkastisch er darf sich ganz unten ja was los nein das darfst du nicht so kurz also ich glaube das bisher der fehlpart oder er also so oft gefehlt haben wir noch nicht okay da ja 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 ganz ehrlich dass das jetzt geklappt hat mach doch ein ding hier ja okay so kann es natürlich auch machen links oder rechts links oder rechts erst mal links gucken es ist echt richtig dunkel ich sehe gar nichts okay du kommst also nicht zurück ja probier dein glück hey du kannst wieso machst du das so ich weiß nicht mit eigentlich kannst du auch direkt hoch okay ich glaube das wird sich noch erschießen warum das so ist jetzt ein stein ja und den stein musst du nämlich darauf machen auf dem zweiten ja 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 das wusste ich auch ohne deine hilfe hilfe ohne deine hilfe und du hast du das überlebt ja ganz ehrlich ne max ist hart im nehmen ja bitte einmal ordentlich rauf ja bitte einmal ordentlich rauf wop 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 so jetzt wuuu alter falter war knapp ach ja ok wooo wooo ja ok wollen wir die party erstmal beenden ja das ist glaube ich die perfekte stelle jetzt erstmal cut zu machen ja wir sehen hier also noch eine höhle ich denke mal da wird es auch noch weiter gehen wenn euch das gefallen hat und ich weiß es wird euch gefallen haben weil wir nicht so oft verkacken und wir haben verkackt dann lasst doch bitte ein like da und falls ihr uns noch gar nicht kanntet dann jetzt auch ein abo denn wir sind spitze und machen das immer wieder ja genau ne also wurde bei die bären und paar darts tschüssi